Eine Wohnanlage in einer Großstadt. Wer hier im Herbst aus dem Fenster schaut, kann ein völlig neues Naturphänomen bewundern. Die sogenannten wilden Herbstschafe ziehen in die Anlagen und suchen nach dem letzten Grün vor der großen Winterpause. Und sind es am Anfang nur wenige Exemplare, die zwischen den Häusern ihr Glück versuchen, so werden es mit der Zeit ganze Herden, die man zwischen den Bäumen und Wischen beobachten kann. Ihre sonst natürliche Scheu vor den Menschen haben sie längst verloren. Ja, sie suchen sogar freien Auslauf auf Flächen, die im Sommer von den Kindern bevölkert werden. In extremen Fällen haben es die Tiere bis in die Wohnungen der Anwohner geschafft. Die enorme Frechheit der Tiere hat schon so manchen Anwohner um seine Nachtruhe gebracht. Wilde Herbstschafe. Woher kommen sie und wohin gehen sie? Und was müssen wir tun? Eine Frage, mit der sich die Zoologen ab jetzt beschäftigen müssen.